Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Was ist das? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Oh, hihihi, liegt da etwa eine Donation auf dem Boden? Warte, ich heb die mal kurz auf. Ui, danke dir, ui, danke. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Komm mal, komm mal, hey. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Um einen Moment raus und machen einen Live-Beschneid. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. So, erster Eindruck, die Cap sitzt, wird gut sitzen Die hat nicht wieder so einen Axel-Schulz-Schnitt Ich glaube, die wird gut sitzen Ist doch wieder so eine Axel-Schulz-Cap Die sitzt beschissen Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Wenn es wieder ist Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Wenn es wieder ist An meiner Keulung, Digga, Schmunz